Musik Achtung, Achtung, liebe Leute, herzlich willkommen seid ihr heute. Ihr kommt herbei und lauft nicht fort, wir geben euch an diesem Ort ein gar lustig, schrägliches Theaterspiel. Das ist famos und kostet nicht viel. Schau mal, wer da schaut. Oh, das ist doch der, äh, ein sprechendes Stück Holz. So was gibt's doch gar nicht. Der, äh, der, äh. Ich bin Pinocchio. Ach, der Pinocchio. Hä, Pinocchio? Genau. Dein Sohn. Mein Sohn. Wer ist dieser kleine Wicht, der einfach meine Vorstellung unterbricht? So, komm her, mein kleiner Mund auf und kluck, 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 kluck. Pinocchio, lesen musst du erst lernen und dazu gibt es eine Schule. Schule? Oh, Lord. Hä? Wen haben wir denn da? Ah! Ruhe. Angeklagter. Der Richter sagt, ich bin dumm. Aber der hat keine Ahnung. Nein, bitte, flieg mich ans Meer. Ich, ich muss zu meinem Vater. Ich muss ihn retten. Pinocchio? Gepetto, ich komme. Ach, halt durch. Wir sind bald da. Ach, Junge. Es ist besser, wenn du mich untergehen lässt. Sonst werden wir beide ertrinken. Das war die Geschichte von Pinocchio. Das war die Geschichte von Pinocchio.